Du bist einer der erfolgreichsten jetzt in der Zeit gerade hier in dem Saal. Du hast jetzt die Everest 3LT gewonnen. Fast gewonnen. Fast gewonnen. Wie geht es denn heute beim Turnier? Ich spiele gerade Satellite und bin guter Dinge mir das Ticket zu holen. Da sind gerade mal noch 160 von 162 Spielern drin und es sieht sehr gut aus. Ich habe jetzt knapp 100 über Everest. Wäre wie eine Variante zum Leben für dich? Ja, wenn man beschließen würde, endlich das Mergier ranzulassen und die Sonne ein bisschen mehr schleifen würde. Wo wohnst du jetzt? Ich wohne zur Zeit im Internet. Im Internet. Im Internet? Ja, hauptsächlich. Das ist aber auch kein mehr. Bei Hannover. Ja, das ist aber auch kein mehr. Ja, das stimmt, aber ich arbeite da. Du arbeitest da mehr. Schön. Du, ähm, ähm, wie gefällt dir das Turnier? Äh, das Pokerturnier? Das grundsätzlich für die Location des Turniers in Wien. Ja, das finde ich sehr schön hier, wirklich. Es ist alles so ein bisschen Eisbacken, aber das gehört ja hier zur Stadt. Das ist klassisch. Ja, genau, klassisch war es tatsächlich. Dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß noch. Ja, danke. Und dann, aber du kaufst dich auf jeden Fall ein, auch wenn du... Hab ich schon, hab ich schon. Ah, du hast schon? Okay. Gut, dann sehen wir uns morgen und wir reden morgen dann in der ersten Pause weiter. Alles klar. Danke dir. Wuh. Wup-wup-wup-wup-wup-wap-wup-wup-wup!